Hey, warten Sie, wo wollen Sie hin? C.I.F.I.? Was zur Hölle ist C.I.F.I.? Das sind die Besten. Ich würde gerne wissen, was hier gespielt wird. Terroristen jagen, das wird hier gespielt. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Nase aus meiner Arbeit raushalten könnten. Guten Tag. Agieren Sie vorsichtig. Ich werde es mir zu Herzen nehmen, Frau Ministerin. Wirst du wissen, was ich an dir am meisten schätze? Was denn? Deinen hinreißenden Schaden. Und dem C.I.F.I.F.I.F. die Tour zu vermasseln, ist eine verdammt schlechte Idee, besonders im Hinblick auf die Karriere. Also legen Sie sich bloß nicht mit uns an.